Was ist denn noch Nähehaut? Geht mal die Polizei fotografiert erstmal, dann willst du ein Bild haben. Ja, fliegt. Jetzt, jetzt guck mal rein, jetzt kommt's ab. Jetzt kommt's raus. Jetzt guck mal die alte Autos wegmachen. Ja, jetzt fliegen die Dachfliegen. Auch die Autos, die da stehen. Du bist doch Tömmiger, sag mal, jetzt ist doch der Felix da. Was trägst du denn auf? Ja, du, das tut mir weh, irgendwie. Nein. Das trägst du dein Weh, irgendwie, oder? Das trägst du denn dann? Wer ist das denn? Die von dem Ablauf, die ich nicht vergesse. So, Gerhard. Die eine ist doch das Ding von hier, wo da oben drinnen wohnt, die Apothekerin da. Ja, ja, ja. Das erste Auto. Treu? Ja. Ist das warm? Ah, ist das schön warm. Jetzt kommen wir Dachfliegen. Ja, 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 ja. Ist doch gut der Heimkamer. Ja, 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 ja. Können wir jetzt grillen? Ha, ha, ha. Ist doch scheißegal. Aber das ist wahrscheinlich selber viel gemacht mit irgendwas. Weil wenn's da oben brennt, da ist da irgendwas. Wenn die Bühne ausbaut... Und rum sind sie gleich. Da kommt das Sachverständige, der Prüfte. Also klar, was da los ist. Ich weiß nicht genau, wo das... Das wundert mich eigentlich, wie die das feststellen, wo da noch was gewesen ist. Das... Das ist... Doch, wo die Hitze... Undsander. Wer sind denn jetzt eine, wo sie hinfahren? Ist das auch so ein Neukrenner, oder? Hä? Ist das bekannt in einer Neukrenn? Weiß nicht mehr. Ich glaub, die sind im Urlaub, weil oben auf Fenster zu sind. Für den Maturigen. Die Maturigen. Die Maturigen hat das gekauft. Und hat letztes Jahr eine Frauen ausgeschmissen. Die hat da oben drinnen gewohnt. Die kann jetzt groß sein. Ein 80-Jähriger hat er ständig den ausgeschmissen. Ja, ja, ja. Das ist der Patrick, der war gerade ein Anfahrer. Ach so? Der war mit dem Fahrt, ja. Und das Auto? SRG? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier fahrt so wie vor jeder. Da ist alle vier Garagen, da kommt kein Mensch Leibner raus. Nö, die sind, die suchen das Wasser jetzt. Ja, ich sag's doch mal. Ja. Vielleicht hat's den Wert noch mit der Polizei gesagt. Aber jetzt nicht. Dass da hinten vier Garagen sind. Das muss ich nachher sagen. Jetzt bringt's nichts. Ich bin ja auch gerufen, gleich, wenn ich's gehört. Ach du, ich muss es ziehen? Ach ja, da ist halt ein bisschen Qualm rauskommen. Dann hab ich Polizei angerufen und erwarte, ich verbind's ihn mit der Feuerwehr. Dann sag ich ja, ne? Ich sag, ich geb jetzt doch weiter. Dann hat er, eine Minute später, sich doch einmal, die Feuerwehr ist massiv unterwegs. Ah ja. Ich dachte ja, einer angerufen hat, was er nicht. Und wenn die Damen noch gehört, wie sie nicht. Was? Wenn die Damen noch gehört, wie sie nicht. Aber das Vordere ist, treu, halbbar. Ja. Wenn der gehört, weiß ich auch noch ein bisschen. Zu blingig. Hm. Ja. 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 Ja.